Wie wertvoll und gesund die Rote Beete ist? Die Vielzahl von Mineralien, wertvollen Pflanzenstoffen sowie Vitaminen. Dadurch zählt die Rote Beete zu dem Power-Gemüse. Sie enthält Vitamin A, B und C sowie die Vollsäure. Außerdem Calcium, Magnesium, Phosphor, Natrium, Kalium und Iod. Zusätzlich noch eine jede Menge Eisen. Doch das ist noch lange nicht alles. Das ganz Besondere an der Roten Beete ist, dass sie sehr viel Betain enthält. Dieses Betain senkt das Risiko für Herzkrankheiten. Das enthaltene Nitrat senkt unter anderem den Blutdruck. Der enthaltene Stoff Anthocyane wirkt krebsschützend. Dies alles sind Punkte, was die Rote Beete zu einer wahren Wunderknolle wirken lassen. Man kann die Rote Beete bei sehr vielen Krankheiten einsetzen. Zum Beispiel bei Gelenkbeschwerden wie der Arthrose, bei Bluthochdruck und Herzkrankheiten, bei Diabetes und bei Alzheimer. Wer regelmäßig Rote Beete zu sich nimmt, kann auch bei vielen weiteren Krankheiten eine Verbesserung erwarten. Zum Beispiel kann sie auch bei übergewichtigen Menschen, bei denen die Stickstoffproduktion im Körper reduziert ist, oder auch bei Diabetikern die Produktion des Stickstoffes wieder antreiben. Bei Diabetikern wird hierbei die Insulinsensivität verbessert und der Blutzucker kann daher auch besser wieder kontrolliert werden. Bei Menschen, die mit Bluthochdruck Probleme haben, wirkt die Rote Beete auch sehr positiv. Denn diese Menschen haben oftmals verengte Gefäße. Durch die Rote Beete werden die Blutgefäße wieder geweitet. Wer gerne abnehmen möchte, kann die Rote Beete auch zum Abnehmen benutzen. Denn wer sehr viel Rote Beete verspeist, wird mehr Mitochondrien im Körper besitzen. Was wiederum den Vorteil hat, dass das Fett viel besser und schneller verbrannt wird. Ihr seht also, die Rote Beete hat sehr viele Vorteile, wenn man sie verzehrt. Hier nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Wer Rote Beete verzehrt, ist im Alltag leistungsfähiger. Sie treibt den Fettstoffwechsel beim Abnehmen an. Kann dabei helfen, schneller Krankheiten zu überwinden. Fördert die Durchblutung. Enthält sehr viele Vitamine, Pflanzenstoffe sowie Mineralien. Hilft bei Bluthochdruck sowie Herzkrankheiten, Alzheimer und Diabetes. Zusätzlich hat sie krebsschützende Wirkungen. Wenn ihr noch mehr über die Rote Beete wisst, schreibt mir dies doch unten in den Kommentaren. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Aktiviert dazu auch die Glocke. Bis bald! Aktiviert 3 6 5 6 6 7 8 8 13 21